Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr am Start seid. So, Leute, wir haben heute den 1. Dezember und für den Dezember habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Und zwar habe ich mir selber vorgenommen, im Dezember jeden Tag ein Video aufzuladen. Ich möchte das Ganze so handhaben wie so ein Weihnachtskalender, quasi jeden Tag ein Video, jeden Tag eine Kleinigkeit, die ich an euch weitergebe. Und ich habe verschiedenste Sachen mir ausgedacht, verschiedenste Themen, die ich mit euch durchgehen möchte. Und natürlich werden da noch die üblichen Videos bei sein, Latest Pickups, paar Do-it-yourself-Videos etc. Es wird verschiedenste Themen bei mir sein, alles rund um Weihnachten, rund um Mode. Und ja, das Ziel ist es natürlich, jeden Tag der 24 Tage für euch ein Video zur Verfügung zu stellen und das Ganze dann hochzuladen. So, Leute, wir haben heute den 1. Dezember und für den 1. Dezember haben wir jetzt noch 24 Tage bis Weihnachten quasi, also Heiligabend da ist. Und ich habe mir gedacht, wenn nicht heute, wann dann gebe ich euch einfach mal ein paar Ideen, was ihr als Weihnachtsgeschenk verschenken könnt. Dementsprechend, in diesem Video geht es um Weihnachtsgeschenke. Los geht's! Ja, ich habe mir Gedanken gemacht und in diesem Video geht es, wie gesagt, um Weihnachtsgeschenke, Weihnachtsgeschenkideen. Falls ihr quasi auf dem Schlauch steht, könnt ihr euch vielleicht die ein oder andere Anregung in dem Video holen, was eine coole Sache ist, was man den Leuten schenken könnte. Und ich denke, es sind ein paar ganz nice Sachen dabei und ein paar klassische Sachen dabei. Und wir fangen einfach mal an mit den Pieces. So, Leute, fangen wir an mit dem ersten Geschenk, meiner Meinung nach, wo man nichts falsch machen kann. Und das ist immer die altbekannte Wollmütze. Zum Thema Mützen oder Caps etc. habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, kommen demnächst auch noch Videos. Und ich habe zum Beispiel diese Mützen auch mal bestellt, um zu testen, wie die sind. Aber ich glaube, die sind sehr, sehr nice. Gerade diese Fischer, Beanies, Wollmützen etc. sind immer eine sehr coole Variante, was man zu Weihnachten schenken könnte. Preislich super im Rahmen, kosten 11 Euro, zwei Stück. Also auf jeden Fall eine sehr coole Variante. Und da gibt es immer so Zweier-Packs, verschiedenen Farb-Kombos etc. seht ihr hier. Und ja, keine Ahnung. Ich habe sie selber bestellt. Ich denke, die sehen sehr, sehr nice aus. Und ich denke, mit einer Wollmütze oder einer coolen Mütze. Das muss jetzt auch nicht die günstige Variante sein. Ihr könntet auch eine teurere Variante, eine Markenmütze etc. verschenken. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Weihnachtsidee. So, machen wir weiter mit Piece Nummer 2. Und Piece Nummer 2 ist natürlich passend zur Mütze ein Schal. Ein hochwertiger Schal, Kaschmi-Schal oder ein schöner Markenschal etc. Ist eine ideale Möglichkeit, was man zu Weihnachten verschenken könnte. Kann im Winter eigentlich jeder gebrauchen, kann im Winter jeder tragen. Ein Schal ist zum Beispiel auch ein sehr, sehr cooles Highlight-Piece im Outfit. Kann man auch mal, ich sag mal, entweder Marke zeigen oder Farbe mit zeigen. Oder sein Outfit so ein bisschen auf Next Step, Next Level hochpushen. Und meiner Meinung nach, das ist ein Schal, ein sehr, sehr cooles Accessoire. Wie gesagt, Accessoire etc. Accessoire, Mützen, Caps. Kommt ein sehr, sehr cooles Video zu. Habe ich mir schon überlegt. Bin ich gerade schon die Sachen am Ausarbeiten. Und ich möchte euch nicht nur einfach ein paar Sachen zeigen, sondern ich möchte euch die Sachen, wie man die Stylen, wie man die Sachen anzieht, auf jeden Fall, ja, dementsprechend präsentieren. Und das braucht ein paar Tage. Aber es kommt innerhalb dieser 24 Tagen auch ein Accessoire-Video. So, und wie gesagt, ein Schal ist ein ideales Weihnachtsgeschenk, finde ich persönlich. Gerade hier habe ich einfach mal einen, wirklich den, ich sag mal, mit Modeschal, mit Brandingschal der letzten Jahre rausgesucht. Ist natürlich ein sehr teurer Schal. Das muss man sich auch eingestehen, dass er nicht allzu günstig ist. Aber dieser Akne-Studio-Schal ist sehr, sehr bekannt. Und eigentlich ein sehr cooles, sehr, sehr cooles Piece. Wie gesagt, muss nicht sowas sein. Achtet vielleicht darauf, dass die Qualität ganz nice ist. Vielleicht ein Kaschmir-Schal. Hier zum Beispiel ist nicht mal ein Kaschmir-Schal. Das ist ein Wollschal. Aber in dem Fall zahlt man natürlich auch, ich sag mal, die Marke. Trotzdem gehe ich davon aus, dass der Schal sehr, sehr nice ist. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr cooles Piece, was man ideal zu Outfits kombinieren kann. So, Leute, dann machen wir weiter. Wir haben Mützen, wir haben Schals. Was darf natürlich nicht fehlen? Und zwar Handschuhe. Handschuhe sind auch ein sehr, sehr nice ist Piece. Finde ich persönlich, was man zu Weihnachten gut verschenken kann. In dem Fall kann man ruhig Markenhandschuhe nehmen. Ich habe jetzt hier mal einfach welche, beispielsweise vom Boss rausgesucht. Die guten alten Hugo Boss Handschuhe. Achte darauf nur, dass sie vielleicht von der Größe passen. Da gibt es verschiedene Größen. Wie oder was müsst ihr natürlich schauen. Aber ich setze nur beispielsweise. Es gibt verschiedenste Anbieter, die Handschuhe anbieten. Aber auch die braune Variante hier zum Beispiel von Scotch & Soda. Finde ich mega nice. Gefällt mir extrem gut. Und die haben zum Beispiel andere Größen unterteilt. Dementsprechend müsst ihr einfach gucken, wie derjenige, was für große Hände er hat. Und dann müsst ihr das ein bisschen einschätzen. Handschuhe müssen natürlich auch nicht hauteng sitzen. Dementsprechend hat man da so ein bisschen Spielraum. Und ich denke, wenn ihr das so ein bisschen grob einschätzt, könnt ihr auf jeden Fall ein cooles Geschenk damit machen. So Leute, das nächste, was natürlich auch immer wieder ein sehr, sehr nice Geschenk ist, sind meiner Meinung nach Parfüms. Da ist natürlich die Frage, was wollt ihr ausgeben? Welcher Duft gefällt demjenigen? Guckt eventuell, dass ihr dementsprechend entweder seinen Duft nochmal nachkauft, sodass ihr ihn in Reserve hat, oder ihr geht selber raus und schenkt demjenigen was, was euren Geschmack trifft und wo ihr denjenigen gut drin riechen könntet. Ich habe jetzt hier mal einfach zwei sehr, sehr gute Düfte rausgesucht. Zum Beispiel das hier ist einer meiner Favorite-Düfte, den ich wirklich sehr, sehr gerne trage. Es ist eher ein sommerlicher Duft, aber es ist wirklich einer meiner Favorite-Düfte von Tom Ford Sole Blanc. Aber ich sage mal, wenn es jetzt auch ein bisschen teurer sein soll, was auch gerade sehr, sehr beliebt ist, ist halt von Serge Joff die Parfüme. In dem Fall habe ich jetzt hier einfach mal Cento rausgesucht. Ihr könnt auch Erba Pura etc. Es gibt verschiedene Düfte, die sehr, sehr gut sind und die wirklich extrem langhaltig sind. Aber ich würde euch empfehlen, wenn ihr etwas verschenkt, riecht es lieber erstmal selber oder seid euch sicher, dass derjenige das Parfüm auch wirklich mag. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sowas geschenkt bekommt und derjenige nutzt es nicht. Dementsprechend guckt einfach, dass ihr da wirklich den richtigen Riecher habt, im Anführungsstrichen. So Leute, eine nächste Sache, die natürlich auch gut verschenkt werden kann, ist natürlich ein Accessoire, was meiner Meinung nach auch eins meiner Favorite-Accessoires ist. Das ist natürlich die Sonnenbrille. Natürlich wird sie in, ich sage mal, in Deutschland nicht so extrem getragen, wie in anderen Ländern, zum Beispiel in Italien, ist das einfach gang und gäbe. Egal, bei Wind und Wetter, dass man eine Sonnenbrille in der Tasche hat und die tragen kann. Wenn man hier zum Beispiel nicht die krasse Sonne hat und man läuft mit einer Sonnenbrille rum in Deutschland, dann ist das natürlich so ein bisschen belächelt. Aber in Anführungsstrichen finde ich eine Sonnenbrille sehr, sehr wichtig. Und gerade da solltet ihr auf eine gute Sonnenbrille zurückgreifen. Also eine qualitativ hochwertige Sonnenbrille. Ich persönlich trage meistens wirklich die Ray-Ban Wayfarer, die Standard-Sonnenbrille. Aber wenn ihr zum Beispiel auch mal mehr so ein Highlight-Piece haben wollt, habe ich hier zum Beispiel einfach mal eine Sonnenarant-Variante rausgesucht. Die ist natürlich ein bisschen teurer, nicht viel teurer, weil so eine Ray-Ban-Brille kostet auch 150 Euro. Aber man hat natürlich dann ein Designer-Brand dahinter, etc., wo das Ganze nochmal so ein bisschen sich abhebt, ein bisschen besonderer wirkt. Finde ich, ist ein sehr, sehr cooles Geschenk. Natürlich müsst ihr euch da im Klaren sein, welche Form etc. ihr haben möchtet. Ich finde diese klassische Silhouette immer wieder nice. Die klassische Wayfarer-Silhouette finde ich persönlich, kann man nicht viel mit falsch machen. Pilotenbrillen zum Beispiel etc. ist gar nicht mein Fall. Und diese ganzen neumodernen Brillen, wie zum Beispiel diese Louis Vuitton-Brille etc. ist einfach gar nicht mein Fall. Ich mag es in gewissen Sachen schon noch sehr, sehr einfach, sehr, sehr klassisch. Und ich denke, eine Sonnenbrille ist auf jeden Fall eine sehr coole Variante. Und seid auch da sicher, dass sie mir gefällt. Falls nicht, in dem Fall auf jeden Fall eine Quittung aufbewahren. Dann kann derjenige das umtauschen oder zurückschicken und kann sich eine andere Brille holen. Aber ich finde, eine Sonnenbrille ist sehr, sehr wichtig und ein sehr nice Beats zu verschenken. So Leute, als nächste Variante kann ich euch wirklich empfehlen, einen guten Cardholder bzw. Portemonnaie-Variante. Hier ist zum Beispiel meine. Ich habe jetzt hier eine Standard Saint Laurent Variante. Die habe ich mal vor Jahren geschenkt bekommen. Und ich finde, das ist wirklich die beste Möglichkeit, sein Geld und seine Karten mitzuführen. Ich mag das nicht, wenn man so ein riesiges Portemonnaie hat. Als Mann zum Beispiel. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr cooles Geschenk. Hier kann man auch gerne mal ein bisschen hochwertiger gehen. Entweder hier so eine Saint Laurent Variante oder verschiedene andere Marken. Ich habe jetzt hier auch mal eine von Louis Vuitton rausgesucht. Finde ich, das ist eine sehr, sehr coole Geschenkidee. Ist natürlich auch nicht preiswert. Aber so ein Ding, wenn das qualitativ hochwertig ist, hält das auch eine ganze Zeit lang. Und ich trage zum Beispiel meins wirklich Tag und Nacht mit mir. Und ich finde, diese Louis Vuitton Variante würde mir persönlich auch sehr gut gefallen. Wäre jetzt unnötig. Ich habe schon eine hochwertige Variante. Aber wenn die mal kaputt gehen sollte, würde ich vielleicht mal eine andere Marke wählen. Nicht, dass es mir nicht gefällt, aber so ein bisschen mixen. Dementsprechend finde ich, ist es wirklich die ideale Portemonnaie Variante, die ich empfehlen würde. Wenn ihr sowas verschenken wollen würdet. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und damit macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt. Kommen wir zum nächsten Thema. Und das nächste Thema, was ich euch ans Herz legen kann, ist auf jeden Fall Thema Männerschmuck. Männerschmuck, beziehungsweise generell Modeschmuck, macht man nichts verkehrt. Ist auch gerade so ein Thema, wo viele Männer sich in letzter Zeit erst herangetraut haben. Nicht jeder ist natürlich auch der Typ dafür. Nicht jeder trägt sowas gerne. Aber ich finde Modeschmuck extrem nice und kann man wirklich gut tragen. Gerade gibt es auch verschiedenste Anbieter, die sowas echt cool haben. Und zum Beispiel ein Kumpel von mir, der Daniel, hat sowas gerade neu herausgebracht. Und in dem Fall habe ich auch seine Sachen mit reingenommen. Aber es gibt auch noch zwei, drei andere Varianten, die ich mit reingenommen habe, die ihr auf jeden Fall mal abchecken könnt. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Also, wie gesagt, ist sehr, sehr nice. Die Sachen könnt ihr auf jeden Fall abchecken. Es sind sehr coole Pieces dabei. Und das ist auf jeden Fall Modeschmuck, der auch wirklich noch männlich ist, der cool aussieht. Wo ihr meiner Meinung nach nichts mit verkehrt machen könnt. Ob es hier eine Kette etc. ist. Und auch da habt ihr natürlich auch immer Umtauschrecht etc. Aber es ist sehr, sehr nice und dementsprechend finde ich persönlich, ob es jetzt hier sowas ist oder hier von der Marke Not for Her, kann ich auch wirklich empfehlen. Haben auch sehr schönen Modeschmuck, muss ich sagen. Achtet dabei auch immer darauf, dass es auch Silber ist. Also hier zum Beispiel 925er Silber. Finde ich persönlich schon wichtig, weil das Ganze dann, wenn das sich verfärbt, der Schmuck, wenn das jetzt kein Silber sein sollte und es nutzt sich so ab, finde ich, ist einfach nicht so nice. Also wie gesagt, achtet darauf, wenn ihr sowas verschenkt, dass ihr mir denn das gefällt. Und gegebenenfalls, dass es noch Silber ist, macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt. Das ist ein sehr, sehr cooles Geschenk meiner Meinung nach und könnt ihr auch nichts verkehrt machen. So Leute, als weitere Geschenkidee finde ich persönlich, ist es eine sehr, sehr gute funktionierende Musikbox. Also ein guter Bluetooth-Lautsprecher etc. Wirklich eine coole Variante, was ihr verschenken könnt. Und ich zum Beispiel kann euch empfehlen, und die habe ich einfach selber zu Hause, deswegen empfehle ich euch die. Hier zum Beispiel von Bank Olufsen. Dieser A1, BO, Sound A1, habe ich zu Hause selber. Und das Ding ist einfach Bombe. Ist ungefähr so groß im Prinzip. Also passt locker in die Hand. Könnt ihr easy mit einem Rucksack etc. auf Reisen nehmen. Und es wirklich macht sehr, sehr geilen Klang. Ich glaube, die neuen Apple-Boxen sollen auch ziemlich gut sein. Also wie gesagt, ihr habt die Qual der Wahl. Und so eine gute Musikbox finde ich persönlich ist auch eine sehr, sehr coole Variante, was man verschenken kann. Natürlich müsst ihr das selber wissen, ob derjenige sowas braucht. Aber ich finde es ein sehr, sehr cooles Geschenk. So Leute, zu guter Letzt habe ich mir noch überlegt. Eigentlich finde ich persönlich mit das wertvollste, das schönste Geschenk, was man eigentlich machen kann. Und das ist das Thema Zeit. Verbringt Zeit mit den Leuten. Vielleicht plant ihr auch sowas wie, ich sage mal, so ein Erlebnisurlaub, ein Erlebnis-Trip etc. mit Freunden zusammen. Habt ihr wirklich die Qual der Wahl. Finde ich es ein sehr, sehr cooles Geschenk, meiner Meinung nach. Zeit mit jemandem zu verbringen. Und ja, das ist meiner Meinung nach sogar das Wichtigste und das Schönste. Thema Zeit kann dir keiner mehr zurückgeben. Und das sind auch Momente, die dir im Prinzip wirklich in Erinnerung bleiben. Und da habt ihr auch die Qual der Wahl. Ob ihr so Action-Geschichten macht oder einfach nur zusammen Zeit mit demjenigen verbringt, ist meiner Meinung nach auf jeden Fall das schönste Geschenk. Das muss jeder natürlich für sich selber wissen. Aber ich glaube, damit macht man auf jeden Fall nichts verkehrt, wenn man denjenigen sehr gerne hat. Und dass einer seiner liebsten Menschen ist, damit Zeit zu verbringen, ist auf jeden Fall das Schönste. So, und ich denke, damit habe ich jetzt erstmal die gröbsten oder schönsten oder die einfachsten Geschenke meiner Meinung nach noch rausgesucht. Ihr könnt natürlich immer noch spezifisch demjenigen etwas Spezielleres schenken. Ihr müsst jetzt nicht etwas von der Palette nehmen, aber ich finde, das ist schon eine sehr, sehr coole Variante. Ob sie jetzt Accessoires sind, Parfüms, etc. Ihr habt da wirklich so ein bisschen Auswahl. Guckt einfach rein, dass ihr auch den Geschmack trefft. Und ja, so, ich habe euch gesagt, ich würde euch am Ende des Videos immer eine Kleinigkeit schenken. Und ich habe die Sachen auch bestellt. Und wie gesagt, ich glaube, die Mützen sind sehr, sehr nice. Dementsprechend würde ich ein paar von diesen Mützen an euch verschenken. Ist jetzt keine Riesensache, aber wie gesagt, ist ein kleiner Weihnachtskalender, der jeden Tag mit aufgefrischt sein soll. Das muss alles noch im preislichen Rahmen bleiben. Und wer würde sich sowas nicht wünschen? Wie gesagt, ihr kennt das Ganze. Folgt dem Kanal, schreibt unten eure Farbkombo mit dem Gewinnspiel, Hashtag Gewinnspiel unten rein, welche ihr haben möchtet. Und ich werde dann den Gewinner innerhalb einer Woche benachrichtigen. Wird natürlich eine Menge Arbeit, aber ihr habt da zum Beispiel die Qual der Wahl. Auch die Mützen findet ihr unten drin. Und ich werde, wie gesagt, ein Pärchen an euch verlosen. So Leute, das war's, 1. Dezember. Ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Ich hoffe, euch gefällt diese Idee, jeden Tag Kleinigkeiten hochzuladen, kleine Videoidee. An dem einen oder anderen Tag werde ich das Ganze ein bisschen aufwendiger gestalten. Heute nur so ein kleines, ich sag mal, Intro, kleines Geschenkideen-Video. Morgen sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Und dementsprechend, ja, wie gesagt, dann sehen wir uns dann morgen wieder. Leute, peace. Ciao.